Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 1 Stunde 51 Minuten und 29 Sekunden ist momentan jetzt ein 2-Stunden-Punkt-Zuhr-Exit-Bereich, für den man ja mittlerweile eher das, was der M50 angehört und auch da ganz gerne beiseiten möchte bei der Westdeutsche Meisterschaft. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade wieder die höchste Information von der Spitze einfangen können, Kilometer 30, aus drei machen wir einfach ganz einfach mal zwei und zwar auf den Plätzen 1 und 2, da nicht schlimm so wie Matthias Graute und etwa sieben Sekunden dahinter jetzt Elias Sanzar vom Landbeführenden Stefan Huber von Estos Sommer da, momentan nichts zu sehen und wir fürchten, dass er das Rennen beendet hat, also momentan die Dreiergrücke ist es immer noch zusammen mit dem kleinen komfortablen Vorsprung für da nicht mit von der Grenze. Sie kommen aus dem Satz raus, 2 Stunden 21 war ich da, ist die Endzeit super geil. Macht die Sätze nie länger, als du denken kannst. So, wir haben die ersten Paranz, das heißt die ersten Paranz und zum Zügel, und wir begrüßen müssen irgendwann die Gruppe 2,59. Da haben wir noch einige wirklich gesammelt. Sie haben direkt ins Schichtchen-Halmaschinen in die nächste Runde rein, das ist ein guter Spieler für die 103 Stunden gesehen. Also, da haben wir natürlich viel Erfolg. Applaus 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 – Applaus Punktgenau passen und all die Leute, die sich freiwillig auf eine 3-0-1 an, ich denke, das macht keiner, wenn dann heißt es hopp oder top, 2,59 oder wirklich 4,5 Minuten da drunter, deswegen, wenn jetzt eine größere Mutter entsteht, das ist eigentlich relativ normal, die Leute, die jetzt laufen wollen, die wollen 2 vor dem Wackelpunkt haben, das heißt natürlich, die alle jetzt kommen, mussten sich nochmal schmuten, weil das ist jetzt Punktgenau der 3-Stunden-Endzeit. 3-51 Minuten, 6-1-52, so riecht man sich auf, riecht die beiden Informationen von der Stücke. Applaus 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 Es hat einen aktuellen Tempo-Vorstoß gegeben vom jungen Mann, der gerettet, kommt gar nicht hin, der sich momentan scheint, der von Matthias Traufe zu lösen scheint. Der Abstand ist bisher noch nicht sehr groß, aber ich denke, das ist immer mehr ein Ruhiband. Es ist noch nichts zu lösen, aber scheiße zu sein, dass da nicht mit jetzt den 1,5 Kilometer breit wird. Nicht zu kümmern, der geht, muss das hier mit der Stimme breiten, muss er sich lösen und es scheint ihm am Tag zu gewinnen. Auf Platz 2, Elias Sansar, der bescheidt der Russlands zukünftig zu kümmern, ist vorteiliger Rückgang von Elias auf die Führungsgruppe. Also ich denke, auch da ist nach vorne die beste Begründung, dass wir wieder wieder um den dritten Platz sehen für Elias Sansar, nachdem er im letzten Jahr, der bereits aufgerissen hat, bei der RBD Wartung wurde. Applaus 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 Da er jetzt aufsetzt wird es noch viel, aber wenn es 3.28 Uhr geht, dann aufsetzt wird es natürlich viel zu schnell für den einen oder anderen. Da ist auch noch bei den 14.61 Uhr, da ist eine Brücke nach vorne. Da sind 3.30 Uhr Insights, die es wird so realistisch schon, die Leute und Leute, die jetzt auch verweichern. Jetzt noch mal den Konzentrum zu nehmen, da noch mal zu Konzentrum zu bringen, noch einmal im Weg aus der Liederscheite zu führen. Denn wenn ihr jetzt hier nämlich deiner Lied schaut, das ist...